Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa-Universal S4 mit Dänemark. Mal wieder bei einer neuen Aufnahme-Session. Und ja, nachdem wir beim letzten Mal den Krieg den Bannbohol verloren haben, müssen wir uns jetzt wieder aufbauen. Kämpferöffnung woher. Aber immerhin mag uns Polen wieder, das ist nicht schlecht. Und ja, ich lass mal die Zeit weiterlaufen. Äh, ich hab mir jetzt nicht gut jetzt auch alle großen DLCs gekauft von Europa-Universal S4, außer Sia Depor. Ähm, ja. Ansonsten sollten wir mit beiden Darlehen fertig. Sollten wir mal zurückbezahlen. Und wir machen richtig Knete, finde ich gut. Und das nimmt Baukosten, könnten wir sogar machen. Machen wir mal. Und damit haben wir auch eine schnellere Erholungsfähigkeit der Mannstärke. Das ist die Erholungsfähigkeit der Mannstärke. Und jetzt können wir auch die Erholungsfähigkeit der Mannstärke. Und wir müssen das Und ich bin der Mannstärke. Und das ist die Erholung. Ansonsten haben wir jetzt für Hans den Ersten, auch sie troben, seit 37 Jahren noch keinen legalen Nachfolger. Naja... Mal gucken, ob das noch was wird, mit den Kindern kriegen. Dann haben wir Schweden und gucken, ob wir den Moskow, den Moskow schalten wir wieder zu verlieren. Finde ich nicht gut. Soll ich jetzt einflussiert aus? Mhm. Wir sind in Ordnung, sind wir Zweiter. Wir sind da. Wir sind Zweiter. Okay, da sind wir Zweiter. Und wir haben einen neuen Thronfolger. Das war Frederic. Eins, drei, vier, naja. Nicht wirklich sonderlich gut, aber okay. Äh, wir könnten uns mal auf... Ich hab was eigentlich auf Militär. Mal ein bisschen drücken. Fortland hat uns als neuen Rivalen bestimmt. Von mir aus. Gut, ein Prater ist verstorben. Oh je, ich hab's Prestige. Vers 1, her damit. Und ein, bloß gerne. Haben wir hier Unterhaltsmodifikator. Wir haben hier auch. Ah, tausend Englern, die noch ins Urlaub machen wir uns. Ich weiß auch, die ich meine vom Vatikan. Okay, ich will zurückkommen. Jetzt wird's nicht gleich fertig. Ja, gut, 1. April ist noch nicht um den gleiche, aber egal. Ansonsten wie technisch. Ich hab's nicht mehr Geld, okay, ja. Ja, Brandsatz baut sich auch wieder auf. Wir können aufhören unsere Beziehung zu Braunschweig zu verbessern. So, Norwegen reicht das auch erstmal, so wie es ist. So, Norwegen reicht das auch erstmal, so wie es ist. Bis dessen... ... bringen wir jetzt hier das Warmdruck nochmal hoch. Na, Norwegen hat hier zwei... ... Rasentruppe ent. Ich hab's jetzt hier aus. Moskau mal verpulieren. Oh ja. Moskau ist jetzt massiv am verpulieren. Das ist nicht schön. Jetzt haben wir die Beziehungspolen. Hier darf man Hande schützen. Und ausstehen. Schweden hat Rivalen bestimmt das lustig Ah, das Bündnis mit Schweden? Oh lol, das sieht so groß Aber dadurch hat Schweden bloß noch Polen natürlich große Verbündeten Das ist interessant Eine wirklich interessante Entwicklung für uns Aber gut, wir sollten erstmal drei mehr aufbauen und dann weiter mit solchen Dingen drehen Wie viel Mann kann man maximal haben? Ein bisschen tausend, okay Jetzt könnte ich hier noch was wehren Da hat sie hier oben drauf gelegen Ja, wir nähern uns an Oh, hier hat er 20.000 Mann Oha Tja ansonsten Aber ich will hier so hohe fertig machen Ähm, der georderte Drehwahl Der Mann zu Kostner richtet Das ist ja schön für sie stole Ja gut zu wissen Schweden müssen wir uns ein bisschen Polen aus lösen Dann könnten wir uns endlich an Schweden rächen Die beiden Pommeern und Schottern sind kein Problem Aber holen ist halt ein Problem. Und zwar ein ziemlich großes. Vielleicht kriegen wir auch wirklich ein Bündnis hin. Ach, sie wünscht nicht Goodland. Naja. Als würde sie sich das wünschen und blitzen. Und die Alarm Schashbion. Tja. Ganz schnell, jetzt haben wir sowas mögen. Oh, hier muss Riesenhalsfall sein. Lustig. Okay. Tja. Nächster Reich mag man es nicht. Auch egal. Gibt es Ungarn. Oh, hier muss man ein paar Rebellen bei dem Amaluken. Passiert nicht so viel. Oh, wir werden in eine Idee investieren. Macht das Sinn momentan? Nein, das macht keinen Sinn. Okay. Apropos Technologie. Wir sind ganz ordentlich dabei. Schweden. Team, 8 Team. Natürlich sehen wir uns voraus. Was auch sonst. Tja. Achja. Mal wieder eine Kanone ausbilden. Mal wieder eine Kanone ausbilden. Wir müssen natürlich auch wieder aufbauen. Wir könnten uns vier Karrieren sprennen. Die Handelsatet sich mit Northcourt verbinden. Interessant. Northcourt. Ich meine jetzt wohl hier große Gewinner zu sein. Verbindend mit Polen. Mit Schweden und Northcourt verbindet. Ziemlich gute Verbündete, wenn man so will. Ziemlich gute Verbündete. Zu Pfunde mit Schweden. Ja. Nein, du leid. Das hat auch kein Geld. Für irgendeine Universität hier zu finanzieren. Was ist das für die Schweiz? Tja, in der Schweiz ist nicht mehr viel übrig, ne? Was geht es überhaupt? Und dreifalte in der Schweiz in Badischau-Oberung, konstant geil. Naja, fahren wir jetzt noch mehr. Die Schweiz will ich machen. Braunschweig ist Krieg in Hessen und Würzburg. Angreifer gegen Hessen und Branden, äh, Braunschweig ist die Eroberung von Nassau. Ja, ja. Sollte Braunschweig diesen Krieg gewinnen, wird Braunschweig immer interessanter als möglicher Verbündeter. Dann muss man nicht holen kriegen. Dann würde Braunschweig wirklich interessanter sein. So, hier 11.000 Mann. Dann nehmen wir noch einmal Kaffee. Und da haben wir zwei Kanonen und einen Infanteristen. So, werden wir das machen. Die Schottenheim-Rebellen bei sich. Jetzt machen wir den Krieg mit Lava-Lupen-Siebaden und so weiter und so fort. Okay. Ich glaube, wir werden die Bündnis annehmen. Hm. Ich frage, was bringt muss bei uns hier noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist cooler mit den Bündnischen-Ohren fertig. Lustig. Da haben wir die Bündnischen-Ohren. Oh. Tja. Das war voll auch nicht so richtig cool. Ja, dann ist das cool, ob wir doch eher abgehen. ... ... ... Aber mir geht es doch um den Geräte. Kann ich nicht mehr so sein? Wir sind in der Runde, die hier in der Runde. Das ist nicht das Gefühl, dass wir das nicht so gut machen können. Naja, ich bin dann in der Runde. Und ich kann dich nicht mehr machen. Ich bin dann in der Runde. Nachdem ich das nicht mehr so gut aufpassen kann, In der Runde. Ich bin dann in der Runde. Wir wollen eine Reformation. Das Tier ist zurzeit ihr Sklaums momentan. Und Boundstreich gewinnt sich auch einseitig. Und Boundstreich gewinnt sich auch einseitig. Und Boundstreich gewinnt sich auch. Decken werden bekannt. Oh, das Tier hat ja auch nicht schon genialisiert. Decken werden bekannt, ja. Decken werden bekannt, das ist ja schön. Das kannst du ja auch ein bisschen mehr in der Welt sehen. Wir können militärisch voraus sein, in der Technologie ist ja schön. Die Technologie sieht auch noch ganz ordentlich aus. Immer mehr Entdeckungen bekannt. Die Technologie kommt zur Krise. Und dann verkraftet die M.D. schon. Das würde ich auch mal sagen. Die Hauptrössung geht immer noch weiter. Die Technologie ist ja gut. Eine Kanone und dann ist unser Land dann fertig. Die Beträger leeren uns dann auch wieder unsere Flotte. Bereit. Und Boundstreich hat den Krieg auf immer gewonnen. Tja, dafür war es jetzt auch zu meinem Bundespartner. Und vielleicht mal die Beziehung zu Braunschweig-Krippesern. Ich finde ich, dass wir sonst der erste von Wölfen. Naja. Und vielleicht mal die Beziehung zu Braunschweig-Krippesern. Da hat sie nicht verloren, schreckt aber auch nicht. So! Pflanzen! Aber wir ziehen uns Polen, wir lernen uns immer noch besser... Oh! Aber so ein Bündnis mit Polen könnte noch sehr lang dauern. So, das Mann macht Mameluken immer noch fertig. Von dessen Waren immer noch, dass ich die Schweiz fertig mache. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie was, was sie wollten, jetzt sind sie glücklich. Irgendwie ist England eigentlich noch so verbindend aus mit uns. Münster, Aragon und Portugal. Okay. So, jetzt können wir uns jetzt die Kanone leisten. Oh, was ist hier los? Äh, England. Ja, Rückerüberbrunnen von Normandie in Frankreich. Naja. Das ist natürlich ein Verteidigungskrieg. Ordnungsalliiert wird Schottland, Genua, Oktober und Ungarn. Da machen wir mit. Da machen wir mit. Wir müssen heute mitmachen. Ich will zwar, dass wir können uns hier nach einer Kampfhandlung teilnehmen werden. Aber... Wir müssen heute mitmachen. Echt dann unser Verbindender bleibt. ... 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